Ja, willkommen zu unserem schönen Video zum Thema iCloud-Sperren. Wie ihr ja alle wisst, behandle ich das Thema schon länger auf unserem Blog. Da aber immer wieder zwielichte Typen versuchen, das Thema neu aufzubereiten und euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, vor allen Dingen auch hier über YouTube, haben wir uns dazu entschieden, mal dieses Video hier zu drehen. Ganz, ganz wichtig! Egal, was euch die Webseiten in Aussicht stellen, denn eines ist sicher, die Webseiten ziehen euch, wenn überhaupt, nur das Geld aus der Tasche, aber euer Problem mit der iCloud-Sperre wird sicherlich nicht behoben. Wir haben diverse Webseiten besucht, dort die dubiosesten Programme runtergeladen und getestet. Bitte probiert nichts selber oder ähnliches aus, weil wir haben uns extra einen sicheren Bereich geschaffen, wo wir dann auch relativ sicher testen konnten. Am Ende wurden wir immer aufgefordert, irgendwelche Daten einzugeben oder man hat uns zur Belohnung einen Virus senden wollen. Also von daher seid da bitte sehr vorsichtig und gebt vor allen Dingen keine Daten ein und testet es nicht selber. Keine der Methoden, eine iCloud-Sperre zu lösen, hat uns im Endeffekt zum Erfolg gebracht. Solltet ihr eine funktionierende, ganz wichtig, eine funktionierende Möglichkeit haben, dann nicht zögern, schreibt uns an, weil wir sind uns nicht so schade, das direkt zu testen. Wir möchten euch am Ende aber nicht ohne eine Lösung dastehen lassen. Da ihr alle eure Geräte sicherlich legal erworben habt, ist die Lösung ganz einfach. Schnappt euch euren Kaufbeleg, ab damit zu Apple und dort wird euch geholfen. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Kommentare und natürlich auf eure Lösungsvorschläge. Dankeschön, viel Spaß beim Video.